Einen wundervollen, entspannten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir unseren Bioinformatik-Datensatz vom letzten Video im Deep Learning Studio endlich verwenden in einem eigenen Projekt. Das heißt, wir haben letztes Mal uns diese Kaktus-Daten da hochgeladen. Und ja, das Ganze ist als Bioinformatik-Datensatz zu betrachten. Warum habe ich denn da was gewählt? Naja, immerhin ist dieses Video bzw. diese ganze Serie eine Kooperation mit der Fresenius-Hochschule. Und dort werden Studiengänge angeboten für Informatiker, Bioinformatik, daher der Datensatz. Dann natürlich noch Angewandte Informatik und Wirtschaftsinformatik, von wo ich das Programm kenne. Das heißt, super geil eigentlich. Und ja, ich dachte mir, da könnte man sich vielleicht was aussuchen, was relevant ist für die ganzen Studienfächer. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn da zumindest einige Interessenten sich melden würden. Okay, starten wir durch. Wir wollen heute ein richtiges neuronales Netz bauen für diesen Kaktus oder für diese Kakteen. Das sind Luftbilder gewesen, um zu überprüfen, ob dort wirklich was steht oder was wächst oder eben auch nicht. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen natürlich zunächst einmal ein neues Projekt erstellen. Achtung hier über den Plus-Button, nicht über den Hochlade-Button. Denn sonst müsst ihr Keras-Code hochladen und das ist quasi Python in einer ganz speziellen, naja, mit einer Bibliothek für neuronale Netze. Und das haben wir natürlich hier nicht. Wir wollen ja ohne zu programmieren ein neuronales Netz erstellen. Das heißt, wir gehen hier auf das Plus und nennen unser Projekt, naja, wir könnten es nennen, Kaktus-Project. Ich habe das schon mal logischerweise alles getestet, wer hätte es gedacht. Und wir gehen auf den Hacken und öffnen unser Projekt hier über Open. Das haben wir ja alles schon mal gemacht im, ich glaube, zweiten Video. Okay, nun müssen wir einen Datensatz auswählen. Das ist das allererste, was wir brauchen, denn ansonsten haben wir nichts zum Trainieren. Das ist immer quasi alles basiert auf den Daten. Und das machen wir hier unter Dataset. Hier habt ihr alle Datensätze zur Verfügung, die ihr irgendwie erstellt habt. Natürlich die Public-Datensätze, die, die quasi für euch runtergeladen wurden zum Üben. Wunderbar. Und ihr habt den Kaktus-Datensatz. Und das ist der Datensatz von uns. Das heißt, den wollen wir verwenden. Wunderbar. So, jetzt solltet ihr hier erstens mal 17.500 Bilder sehen. Ihr solltet hier, eigentlich, ihr müsst nichts daran ändern, wobei, ne, müsst ihr nicht. Und hier unten seht ihr einige Beispiel-Trainings-Daten. Das heißt, hier haben wir einmal die Spalte ID. Das sind die Bilder, offensichtlich. Und wir haben HasCactus. Das heißt, wir müssen klassifizieren, ob da wirklich ein Kaktus ist oder ob da keiner ist. Und das machen wir mit diesen Einsen und Nullen. Eins bedeutet, ja, da ist ein Kaktus auf dem Bild. Auch wenn ich da keinen erkennen kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber hey. Und eine Null bedeutet, da ist kein Kaktus. Kann ich auch nicht erkennen. Aber gut. So, jetzt sehen wir hier offensichtlich, okay, das sind die Namen für die Dinger. Das ist, da können wir nichts machen. Ähm, und hier können wir auch nicht wirklich was machen. Also, wir könnten jetzt hier noch normalisieren und, ähm, resizen. Das heißt, alle auf dieselbe Größe bringen. Das müssen wir aber nicht machen, weil hier alle Bilder schon 32 auf 32 Pixel groß sind. Das heißt, das ist schon alles in den Trainingsdaten drin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier gibt es solche Dinger, wenn man da draufklickt. Also, einfach auf diese Dinger draufklicken. Okay, der Datentyp, der wurde hier schon richtig erkannt. Das ist offensichtlich ein Bild. Ähm, und hier haben wir Zahlen als Ausgabewert. Das heißt, Zahlen von 0 bis so viel, wie halt da sind. Also, 0 oder 1. Ähm, das ist nicht ganz korrekt. Wir wollen ja keine Zahl erkennen, sondern wir wollen eigentlich eine binäre Klassifikation haben. Das heißt, wir wollen ein Ja oder ein Nein. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt keine Zahl an sich. Also, wir wollen keine Zahl rausbekommen, sondern wir wollen nur das Ja oder das Nein. Und das heißt, wir switchen hier auf Categorical 2. Das heißt, eine Kategorie und zwar entweder Ja oder Nein oder 0 oder 1. Das sind einfach die Namen von der Kategorie. Wir haben zwei Kategorien, deswegen Categorical 2. Und ja, das ist auch das, was wir hier brauchen. Dann, Input or Output. Da könnt ihr bestimmen, wie denn euer neuronales Netz das verarbeiten soll. Das heißt, was wollt ihr als Eingabe haben und was wollt ihr als Ausgabe haben. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, von diesem Ja oder Nein, eine Eingabe auszubauen und dann ein Bild als Ausgabe zu erwarten. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Meint ihr nicht? Also, ich meine, es gibt ja wirklich nur zwei Werte, sondern es gibt sehr, sehr viele mehr Bilder. Aber was wir machen können, ist, wir können das Bild als Eingabe verwenden. Deswegen Input Port 0. Und die 0 oder 1 können wir als Ausgabe Port verwenden. Das heißt, wir sagen hier, das ist Ausgabe. Und das ist Output Port 0. Die letzte Option wäre gewesen, Ignore. Dann wird der Wert einfach nicht verwendet, aber dann habt ihr keine Ausgabe mehr. Also, naja. Das ist nur sinnvoll für zum Beispiel einfach gezählte Daten. Also, sagen wir mal, ihr könnt natürlich mehr Spalten als nur zwei haben. ID und Has Cactus und dann vielleicht noch Number oder sowas. Dann ignoriert ihr eben die Number, weil die ist für euer Training nicht wichtig, aber kann natürlich dabei stehen. In unserem Fall wollen wir aber natürlich, dass das die Ausgabe ist. Also Output Port 0. So, und jetzt haben wir hier eigentlich schon alles klassifiziert oder eingestellt, so wie wir das brauchen. Und haben hier offensichtlich Bilddaten. Und hier als Ausgabe haben wir Ja oder Nein. Cool. Nächster Schritt wäre das Model. Das Model besteht normalerweise aus Eingabe. Das ist das, was wir gerade definiert haben. Da wird mir auch automatisch gesagt, hey, schau mal, du hast hier Bild als Eingabe. Dazu komme ich sofort. Und Ausgabe. Das ist meine Ausgabe, die aus Ja oder Nein besteht. Also zwei Möglichkeiten hier hat. Und dieses Zwei bedeutet, ich habe nur zwei Neuronen. Und die können wir feuern oder sie feuern nicht. So, das ist bei Categorical 2 in dem Fall wirklich sinnvoll. Man könnte auch Categorical 10 haben, wo wir dann einfach 10 hier stehen haben. Dann habt ihr halt 10 Möglichkeiten. Also das wären dann 10 Kategorien. Hatten wir zum Beispiel bei Amnist, wo die Zahlen von 0 bis 9 eingestellt werden mussten. So, jetzt kann ich diese Dinger hier per Drag & Drop verbinden. Aber das macht recht wenig Sinn. Denn da ist nichts dazwischen. Und die beiden können miteinander nicht. Denn sie haben unterschiedliche Dimensionen. Ich mache das nochmal kurz weg hier. Also einfach markieren und dann entfernen drücken. Und ich möchte ganz kurz hierauf eingehen. Hier steht, wir haben drei. Also für jede Eingabe, für jedes dieser Bilder hier. Ja, ich weiß. Für jedes dieser Bilder hier haben wir drei Bilder. Weil es sind Farbbilder. Und Farbbilder werden immer dargestellt in Rot, Bild, Grün, Bild und Blaubild. Also R, G und B. Rot, Grün, Blau. Und deswegen haben wir hier drei Bilder. Und jedes dieser Bilder, also Rot, Grün und Blau. Jedes dieser Bilder hat 32 auf 32 Pixel. Anders kann man die nicht wirklich darstellen. Also man kann sie schon anders darstellen. Aber so macht es halt am allermeisten Sinn. Und in dem Fall sind die Farben, glaube ich, auch ziemlich relevant. Denn wir wollen auf Kakteen prüfen. Also wir wollen gucken, ob an dem Fleckchen Gras quasi oder an dem Fleckchen Wüste ein Kaktus steht. Und naja, ein Kaktus ohne Grün zu erkennen in der Wüste ist nicht so einfach. Also ich fand es schon bei diesen Daten hier relativ schwierig, irgendwie rauszufinden, ob da jetzt ein Kaktus steht oder nicht. Da sagt es mir zwar, ja, steht einer da, aber ich kann es nicht erkennen. Okay, das heißt, wir haben hier 3 auf 32 auf 32. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine dreidimensionale Matrix. Beziehungsweise, ja, eigentlich sogar einen Tensor. Für die Leute, die ein bisschen Mathe-Hintergrund haben, ist aber nicht so wichtig. Und hier unten haben wir einfach nur einen Vektor, nämlich aus zwei Einträgen. Das heißt einfach nur, ja, zwei Neuronen. Wie kriege ich die jetzt aufeinander? Offensichtlich nicht, indem ich sie einfach verbinde, denn diese Schichten arbeiten nicht. Die sagen bloß, hier wird eingelesen, hier wird ausgespuckt. Mehr ist da nicht. Also muss ich irgendwas zum Verbinden reinpacken. Und das finde ich, zumindest die einfachen Schichten, unter den Core Layers. Die Core Layers, die haben hier Dense, Dropout und Flatten. Zu Dropout gibt es dieses Video nichts, aber zu Dense und Flatten, die werden wir beide brauchen. Flatten macht genau das, was der Name schon sagt. Es macht das Ganze flach. Also es flattet sozusagen alles. Und das können wir hier ganz gut verwenden eigentlich, denn dann wird aus diesen 3 mal 32 mal 32, aus diesem Tensor, wird einfach ein Vektor. Das heißt einfach nur ein einziger komischer Wert, indem man jetzt nicht mehr direkt sagen kann, hey, das war im Rotbild der erste Pixel von oben und der erste von links. Sondern man sieht hier einfach nur, ja, ist halt Eintrag 8000, ja okay, in dem Fall Eintrag 1042 oder sowas. Und, ja, mehr sieht man hier eigentlich jetzt nicht mehr dadurch, aber es verbindet quasi jeden einzelnen dieser, diese Neuronen. Also da könnt ihr euch das Ganze vorstellen, wie ein, eigentlich wie ein Würfel. Und in diesem Würfel sind, also der Würfel besteht aus drei Schichten, wie ein Rubik's Cube eigentlich. Und jedes dieser Schichten, jede dieser Schichten hat 32 mal 32 Neuronen. 32 in die Breite und 32 nach hinten. Und eben drei Schichten nach oben. Ein ganz normaler Würfel eben. Wenn ihr das jetzt hier habt, dann habt ihr einfach nur noch Neuronen, 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 Neuronen. Einfach brav nebeneinander. Nichts mehr nach oben, nichts mehr nach hinten. So wie der Output das eben auch haben möchte. Gut, das macht also Flatten. Flatten hat aber immer noch nichts mit einem neuronalen Netz zu tun. Da wird nichts berechnet. Da wird einfach nur quasi jedes dieser Neuronen nebeneinander geschrieben. Das ist eigentlich nur Managementarbeit sozusagen. Was wir jetzt haben wollen ist, wir wollen natürlich auch noch irgendwas Neuronales da drin haben. Und das machen wir mit dem Dance Layer. Das ziehen wir uns einfach auch wieder per Dragon Drop da rein. Und wir sagen hier, okay, wir verbinden die beiden miteinander. Das heißt 3072 Eingaben. Und naja, wie viele Ausgaben brauchen wir denn? Das müssen wir hier eingeben. Und das können wir auch einfach eingeben. Wir können hier sagen, wie viele Ausgaben soll denn eigentlich meine Schicht haben? Das können wir uns aussuchen in den meisten Fällen. Außer wir verbinden diese Schicht mit dem Output. Denn dann muss es übereinstimmen. Das heißt, wir sagen hier zwei dazu. So, und ja, jetzt haben wir hier zwei Ausgabeneuronen, die einfach hier in der Output-Schicht einfach direkt weitergegeben werden. Und das heißt, jedes dieser zwei Neuronen bekommt 3072 Werte geliefert. Macht dann irgendwelche mathematischen Rechnungen hier. Und dann geht es weiter ans Output-Layer. So, wer jetzt diese mathematischen Rechnungen vielleicht ein bisschen genauer erklärt haben möchte, der möge sich bitte meine Machine Learning Playlist angucken, beziehungsweise meine neuronale Netze-Playlist in der Machine Learning Playlist. Denn das ist ein sehr komplexer Prozess, den ich euch leider hier nicht einfach so zeigen kann. Okay, cool. Das heißt, wir können jetzt hier einfach sagen, hey, wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen. Es wird wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Netz werden, weil ich verrate es gleich im Vorfeld. Eine einzige Schicht ist meistens nicht genug. In eigentlich 99,9% der Fällen reicht eine Schicht nicht aus. Also sagen wir, okay, wir probieren es jetzt einfach trotzdem mal und trainieren das ganze Ding. Dazu noch ganz kurz hier, obviously der nächste Schritt. Wir gehen hier von Model auf Hyperparameters und können hier einige Sachen einstellen. Zum Beispiel die Anzahl der Epochen. Das habe ich schon mal erklärt. Das ist einfach die Anzahl an Epochen, sprich, wie oft wir durch alle Trainingsdaten durchgehen. Dann, wie viele Trainingsdaten in jedem Schritt auf einmal verarbeitet werden. Das können wir auch erstmal auf 32 lassen. 10 ist auch hier okay. Und diese Loss Function, die ist auch gut eingestellt worden. Optimizer, komme ich noch drauf. LR steht für Lernrate. Epsilon und so weiter und so fort brauchen wir alles aktuell noch nicht. Das sind sehr fortgeschrittene Dinge. Und die behandeln wir jetzt in diesem Video auf jeden Fall noch nicht. Dann gehen wir hier mal auf Training. Und ja, wir gucken nochmal ganz kurz ins Model. Also, wenn hier dieser grüne Haken steht, dann sehen wir, dass zumindest von den Dimensionen und so weiter alles zumindest Sinn macht. Das heißt noch lange nicht, dass wir auch wirklich ein gutes Netz haben. Aber das heißt zumindest, dass wir es trainieren können. Und das wollen wir jetzt auch tun, indem wir hier auf Start Training klicken und mal abwarten, bis das Ding endlich durchgelaufen ist. So. Wir sehen hier unten, also wir haben keinen Fehler bekommen. Aber der Fehler kommt normalerweise einfach so als Pop-Up quasi auf. Und wir sehen hier unten, meine Grafikkarte läuft ein bisschen, meine CPU läuft umso mehr. Und mein Arbeitsspeicher, naja, der sinkt ein bisschen. Aber gut. Warten wir einfach mal kurz ab. Und ja, wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Okay. Wir sehen jetzt offensichtlich, dass wir durchgelaufen sind. Hier oben steht finished. Und wir sehen, dass hier diese Kurve ganz schön schwankt. Nun, das liegt einfach daran, dass unser neuronales Netz einfach sehr, sehr klein ist. Und quasi, naja, nichts kann, wenn man es genau nimmt. Und wenn wir hier mal reingucken, sehen wir auch, dass bei Accuracy, was ungefähr so übersetzt wird mit Genauigkeit, die Validierungsdaten bei 43,44% oder 0,4344 liegen. Das bedeutet so viel wie 43,44% der Daten, die wir zum Überprüfen verwendet haben, also die Validierungsdaten, haben wir richtig erkannt. Und, naja, 43% der Daten ist, hört sich erstmal nach viel an. Aber wenn man sich es mal genau überlegt, unser neuronales Netz soll nur sagen Ja oder Nein. Ja. Wenn ich kein Bild vorgesetzt bekomme und einfach Ja, Nein, Ja, Nein abwechselnd sage, dann bekomme ich schon 50% hin. Das heißt, durch Raten kann ich im Endeffekt besser sein als mein neuronales Netz. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, das heißt, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen rangehen. Aber was wir dieses Video erreicht haben, ist, wir haben ein Projekt aufgestellt, das zumindest mal funktioniert. Und das vielleicht nicht unbedingt die besten Ergebnisse hat. Wie gesagt, 43% der Daten richtig zu erkennen, ist jetzt wirklich schlecht eigentlich. Aber immerhin haben wir angefangen und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Nächstes Mal geht es natürlich hier mit dem Modell weiter, wenn ich euch ein paar weitere Schichten erkläre. Danke für die Aufmerksamkeit. Es ist nochmal ganz kurz wichtig zu sagen, dass ihr mal kurz auf den Link in der Beschreibung klicken solltet oder könnt oder wollt, hoffentlich auch, mit dem ihr die Hochschule Fresenius kontaktieren könnt, wo ihr dann weiterhin noch gucken könnt, ob euch vielleicht der Studiengang einer von den drei Studiengängen interessiert und dort vielleicht auch mehr von diesem coolen Zeug machen könnt, was wir hier zum Beispiel auch machen. Also Deep Learning Studio ist nur eine von vielen verschiedenen Arten oder Sachen, die dort gelehrt werden. Und ja, ich glaube, ihr dürft euch da wirklich auf einige tolle Sachen freuen, vielleicht mich auch als Dozent dort finden. Und ja, wir werden weiterhin sehen, wie wir das machen. Okay, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.